Jaaa! Schön, dass der Neue so viel RTS spielt. Danke, Mann! Danke, dass euch das auch freut, dass ihr wieder RTS-Content bekommt. Ich freue mich auch echt, dass ihr das auf YouTube so viel guckt. Hätte ich nicht erwartet. Aber es gibt noch immer sehr viele Leute, gerade in Deutschland, die sehr gerne RTS-Content gucken. Finde ich nice. Ja, danke, Rob Norby. 14 Monate. So, Prärie. Wir spielen RANDOM natürlich. Gegen Platin ist das, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht Silber. Der ist auf jeden Fall Platin gerankt. Der echte. Nein, nur ein Fan. So, Zufall. Okay, China. Gegen Delhi. Let's go. Okay, okay, okay. Genau. Bye. Bye, Nishu. So, Beamter kommt. Steuern kassieren. Let's go. Erhöht die Steuern! RTS ist best. Sorry für Schreien. Aber... Schon wichtig, dass er direkt ein bisschen... So, sehr viel Schaf. Das gefällt mir. Ein Haus und da eine Mine. Warte, 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 warte. Wir sind in China. Keine Mine. Holzlager. Mein Boy. Scharf ist denn hier, Kollegen. Zweiter Beamter. Kommt dazu. So. Wie viel Gold ist hier drin? Hallo? Okay. Wir können 40 tragen. Immer bei 40 abgeben. Schafe abgeben. Zack. Dann zweiter Beamter. Wir haben schon sehr gut Schaf. Das ist gut. Schluck Kaffee. Und dann jetzt Beamter auf das Holzlager. Und der nächste baut... Wir schwingen Delhi. Der nächste baut die Mine. 40. Achso, das ist die mit wenig Holz. Das ist aber okay. So, wir gehen ab. Erste Steuern. War zu früh, ist okay. Gold. Und dann... Trotzdem auch mehr auf Nahrung. Okay, okay, okay. Gold kommt dazu. Noch einer auf Gold. Mehr Schaf. Ah, da gibt es sehr viel Schaf. Die brauchen auch eh nicht so Schaf. Deswegen... Ich werde auf jeden Fall sehr viel Schaf bekommen. Das ist gut. So, Gold. So, was haben wir hier? Ähm, wir boosten mal... Ups. Äh, die Goldmine. So, gehen hier kurz ab. Zack. Dann auf die Mine. Wir wollen das nächste Zeit, Alter. So. 30 Steuern. Warten noch. So, wir haben auch Holz, um eine Barracks zu bauen. Aber brauchen wir gegen Delhi gar nicht. Wir gehen das nochmal ab. Ähm, einmal... Steuern kassieren? Ne. Cool ist das, genau. So. Zack. Und dann können wir gleich hoch. Okay, vier Schaf. Oh, gerade keinen Villager gebaut gehabt. So. Ähm, okay. Wir können hoch. Äh, ich würde sagen... Hier so. Zack. Okay. So. Lass uns mal eine Barracks bauen, falls er auf Reiter geht. Man weiß ja nie. Ich kann schon ein Dorf. Okay. Äh, lass uns ein Dorf bauen. Das ist neu. Für mich. Dass ich das einfach bauen kann. Okay. Ähm, bisschen von Gold runter. Wir wollen... Schnelle... Dynastie. Schnelle Song-Dynastie. Damit wir schneller Villager produzieren. So. Und das haben wir schon fast. Das heißt, wir gehen jetzt von Gold. Wir haben einen Stein. Gegen Deli. Deli wird in der Regel nicht super aggressiv. Können die gar nicht so. Deswegen spielen wir jetzt sehr greedy. Erst vor meiner Fortalzeit. Ist aber völlig okay. So. Das war... Das ist auf jeden Fall kein Problem. Wir boosten unseren Stein. Und wir boosten... Unser... Holz. So. Gehen jetzt von Nahrung. Wir bauen direkt den... Die Kaiserliche Akademie dazu. Äh... Schießstand und Stall. Okay. Das sieht nach Akro aus. Wir brauchen... Ähm... Eine Barracks. Dritter Beamter. So. Wir brauchen 350 Steine. Für ein zweites Town Center. Oder? Wir sollten aber... Vorher... Ähm... Auch eine... Barrel... Stall... Barracks. Stall... Barracks. Wir entscheiden uns für eine Barracks. Sollten wir in Range von unserer Kaiserlichen Akademie bauen. So. Stein ist gleich fertig. Gucken wir, ob Army baut überhaupt. Würden natürlich gerne expandieren. Aber wir wissen noch nicht, ob wir das können. So. Wir geben einmal ab. Das ist 350. Da ist ein Scout. Da ist ein Scout. Wie das hier steht. So. Da kommen Reiter. Wurstensperrmänner. 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 Das ist sehr riskant. So. Steuern sammeln. Jetzt machen die Archer. Okay, wir haben unser Holz. Wir möchten jetzt Aniwood leihen. Warte mal, das ist die falsche Map. Ich meinte eine andere Map. Okay, wir gehen hier zwischen, würde ich sagen. Hier. Solange die Archer nicht da sind. So. Jetzt. Um uns erstmal handkarren. Da ist der erste Mönch. Der kann jetzt das hier einnehmen. Nämlich. Das ist aber okay. So, wir können Shogunu bauen. Machen wir auch. Und wir sollten auch jetzt in Textilien investieren. Wenn wir so offensiv expandieren. Und ab jetzt bauen wir Army. Wir brauchen mehr Nahrung. Ich hab viel zu wenig Nahrung. Um aus zwei Town-Centern Villager zu produzieren. Mit Song-Dynastie. So. Der soll mit Steuern. Ich brauche eine Schmiede. Ich will, dass er nicht so lange das hält, was er da hat. Wir brauchen mehr Nahrung. Fangen mit Feldern an. So. Schmiede. Archer-Attack. Busten wir. Weiter Felder. Hinten. Hinten. Fangen in die Hände. Fangen in die Hände. Hinten. 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 So. Er warlt hier schon fleißig. Aber noch nicht dicht. Hinten. 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 Das ist ein Archer. DAS heißt, wir holen uns hier direkt auch. Aber wir müssen anfangen Gold zu sammeln. jetzt mal alle hier ist noch nicht kritisch wir haben eine gute eco so achso wir können jetzt schon den korn speicher interessant so guck mal hier ob hier auch schon dicht ist so harte viel an die ach du scheiße kompletter muskarrieren sieh 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 Ich brauche mich. Geht ihn auf! Ich bin behauptet! να Gegner! Der Geht ihn wieder. Geht ihn wieder. Ich habe sogar den ReifSTANGEN. Das ist jetzt hier. Oh Was Ritterzeit Was wollen wir haben? Ein Dorf So, wir müssen ihm mal hier zumindest an einer Seite die Kontrolle wegnehmen Wir brauchen auch Ritterzeit Der Hörstein Das ist die Die Nachkrieg Die Nachkrieg Die Nachkrieg Der Hörste Was ist mit diesem Rallye Point? Warum... Achso, das ist DER Rallye Point. Jetzt traf ich das erst. She will. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Achtung! one Du hast sie mit mir. Es solltet sich den WMF geben. WMF für die Bände auswähren. את ihr und ihr werdet? Es ist ein Ort, der wir gut zu glauben. Auf WMF für die Bände. Die Gerichte Schuheb triangle, die Schuheb wo auch auswähren sollen. Die Gerichte ZF-Jer seine Bände. Sie haben die Gerichte, die Schuhebombe. Vielen Dank. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Amoff in the fall. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Scheiße, ist ein Armstab. 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 Das war's für heute. Ich bin der Fall. Ich bin noch nicht. Ich bin bereit. Den will ich... Den will ich... Gehen. Ach! Tschu! Das ist so einfach, ja? Ach! Ach! Das war die schlimmste Zeit. Das ist ... ... Gehen! Das war's für heute. Äh, meine Wartezeit, musst du aufpassen, ich hab noch mehr viele. . Hui. Gigi, äh, Gigi. Eieieiei, also da in der Mitte wo ich die Burg verloren hab, direkt, da hab ich gedacht, hui. Jetzt muss ich aber mal Counterattacken.